Pistons mit Negativ-Rekord. Die Detroit Pistons haben einen neuen Rekord aufgestellt. Durch die 112 zu 118 Niederlage gegen die Brooklyn Nets in der vergangenen Nacht haben die Pistons nun 27 Spiele in Folge verloren. Kein Team in der NBA-Geschichte hat jemals so viele Partien in einer Saison hintereinander abgegeben. Die Fans machten ihrem Unmut Luft und forderten, das Team zu verkaufen. Einziger Lichtblick für Detroit war Kate Cunningham. Der Point-Guard verbuchte 41 Zähler, hatte jedoch kaum Hilfe. Von den restlichen Spielern erzielte einzig Bojan Bogdanovic mehr als 20 Punkte. Sollten die Pistons noch ein weiteres Spiel verlieren, würden sie den nächsten Negativ-Rekord einstellen. Zwischen den Saisons 2014-15 und 2015-16 verloren die Philadelphia 76ers insgesamt 28 Spiele in Folge, was die längste Negativ-Serie in der NBA-Geschichte darstellt. Durant unzufrieden Kevin Durant ist bei den Suns unzufrieden, das berichtet Adrian Wojnarowski. Wenn man mit den Leuten in Phoenix spricht, dann weiß man, dass sie die Frustration von Durant spüren können, erklärte der Journalist. Gründe für die Unzufriedenheit Durant seien die schwachen Rollenspieler und die Verletzungen von Bradley Beal. Phoenix hatte vor der Saison den Kader radikal umgekrempelt. Vom Finals-Team 2021 ist nur noch Devin Booker übrig. Viele Möglichkeiten, um das Team zu verbessern, hat Phoenix nicht. Sie haben keine Assets oder Draft-Picks, um das Team zu verbessern. Das müssen sie jetzt managen. Durant kennt das aus Brooklyn und weiß, wie klein ein Titelfenster sein kann. Dieses Team muss gewinnen und so wie es zusammengestellt ist? Sehr schnell. Für die Suns steht derzeit viel auf dem Spiel, erklärte Wojnarowski weiter. Die Suns stehen mit einer Bilanz von 14 Siegen und 14 Niederlagen derzeit nur auf Platz 11 der Western Conference. Der Rückstand auf die erstplatzierten Minnesota Timberwolves beträgt derzeit acht Siege. Meilenstein für Doncic Luka Doncic hat mit seiner Performance bei den Christmas Games gegen die Phoenix Suns Geschichte geschrieben. Dem Slowenen gelang als erst vierter Spieler am Weihnachtstag 50 Punkte. Nur Bernard King und Will Chamberlain erzielten jemals mehr Zähler in einem Christmas-Game. Es war Lukas' sechste Partie mit mindestens 50 Punkten. Damit hat er jetzt mehr solcher Spiele als alle Spiele der Mavericks-Historie zusammen. Darüber hinaus knackte Luka die Marke von 10.000 Punkten. Er ist erst der sechste Spiele der NBA-Historie, dem das vor seinem 25. Geburtstag gelang. 358 Spiele brauchte er dafür. Damit erreicht er diese Marke schneller als der aktuelle Topscorer LeBron James.